player j.k.1 move too fast interessant hätte ich nie gerechnet so willkommen zu level 30 und dem wahrscheinlich letzten level ich weiß nicht ob es 32 geht oder nur bis 30 ich hab keine ahnung ja in dem Sinne der letzte fun aber es sieht tatsächlich so aus wie der letzte wie die letzte level weil hier sind zu viele items ist meistens ein zeichen dafür dass es zu Ende ist kein secret denn ich kann gar nicht aber ich werde am virtuellen level für mein secret lecker mio i don't like that oh mein Gott oh mein Gott vor allem könnt ihr auch nicht zurück können äh gehen kann ich hier ja lol ok cyber äh spider cyber diebe betrachte ich als gefickt ich hoffe die Ticket nicht auch von außen auf ich hoffe die Ticket nicht auch von außen auf ja scheiße das werden die es nicht auch bekommen ja scheiße das werden die es nicht auch bekommen scheiße das werden die es nicht auch bekommen ach der schießt jetzt alles nach unten oh 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 Ich würde mich da versuchen, dass die ganzen Monster gegen die Zeit, die man alle kämpft. So, dann versuchen wir erstmal ein bisschen die Hand anzulegen, wobei, damit warten wir erstmal noch. Ich soll erstmal diesen Cyberdemon loswerden. Okay, ich komme. Ja, das Spider-Master-Match ist beschäftigt und holt alle zu sich. Ich denke, das macht voll Spaß. Dauer zwar ewig, aber gut. Aha. Nein! Warum gehst du? Kannst du damit zugehen? Warum geht die Tür gerade nicht zu? Meine Fresse! Kann man denn so dumm sein, ja? Ich bin ein Kind. Ja, das ist ein Kind. Ich bin ein Kind. Klarrechner hängt, ich genau den Moment auf, wie ich die Tür zu machen möchte. Das ist doch wirklich genau das, was ich brauche. Ich möchte hier nicht rumbleiben, die genau auf keinen Moment kommen. Ich dachte, da kommen jetzt ein paar Diener und das war's denn. Gut, ich warte erstmal bis ein paar Diener gespawnt sind, weil es dort immer eh nicht. Ich würde gerne erwarten, bis ein paar Diener gespawnt sind und wenn er den angreift hat. Da hat er nämlich gleich mit einmal sehr viele Gegner gegen sich in der Front. Könnte das, was wir immer haben. Ja, und dann darf der Diener nämlich zusehen, wie er klarkommt. Und dann können wir, wenn der Diener nämlich weg ist, können wir dann aufrufen mit unseren Waffen. Und dann halt aufrufen mit der Waffe, die ich gerade in der Hand habe. Äh... Warum treibt die Spiele nicht jetzt Helper Demon an? Geht der Maxis oder was? Wow. Das war's classic. Geht der Maxis oder was? Geht der Maxis oder was? Ja, das war's. Geht der Maxis oder was? Geht der Maxis oder was? Das war's. Geht der Maxis oder was? Also das war's. Oh, das heißt, das hat jemand, er lebt ja gar nicht mehr. oder äh würde ich einfach nur runtergeschossen na dann aber doch, der würde einfach nur runtergeschossen äh boah, alter ja, ich muss warten bis das Teile nicht mehr weg ist bis Teile nicht mehr zu kämpfen auf die Loftchen sind das dauert, ey Guck mal, wie verratene Klappe die mir irgendwie mal weg ist. Solange können wir schon mal Kette trinken. Hä, ist da wirklich kein Klappe die mir mehr? Ist das fältig, oder? Okay, mal gucken, ob ich jetzt die Klappe weg ist. Der hat die Mittagspause gemacht. War der jetzt gerade Webnet, oder was? War der jetzt immer wieder. Mach das. War der jetzt nicht so? Wau! War der jetzt nicht so? Wau! War der jetzt? War der jetzt nur so. War der jetzt auch so? War der jetzt nicht so? War der jetzt schon mal, gonna. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Fuck. Wo ist denn der Scheiß her? Warum geht es nicht mehr her? Oh mein Gott. Was? Digga. Geht doch. Darauf habe ich gewartet. Und jetzt geht nämlich los. Oh mein Gott. 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 Fuck. 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 Okay. Boah, Alter, ne, man, damit tötet ich mich ja echt nur selber. Boah, Alter, ne, man. Also, hier gibt's haufenweise Sachen. Ach, jetzt da ist ein Schalter. Ja, wow, das war nicht so, was ich besucht hatte. Ah, okay. Ähm, wow. Digga, was? Ah, Alter, ich komme nicht mehr zurück. Ach, Mann. Ich bin blootin. Das war zu früh. Das war's für mich. Ich bin selber. Ah, ich bin echt gut. Fäga! Wie viel Zeit machen wir in der Scheidlava? Ich bin selber. Ich bin selber. Wie viel Zeit machen wir? Ach, ich bin selber. Wie viel Zeit machen wir? Das war's für heute. 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 Das ist hier erstmal abgeschlossen. Das ist dann raus. Und dann kommt als nächstes, da ja Sigil immer noch nicht verfügbar ist, denke ich mal, soll er erst, wie gesagt, erste Maiwoche rauskommen. John Romero. So, da. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.